Wir wollen mit ein paar Vorurteilen über Studierende und das Studium aufräumen. Vorurteil Nummer 3. Studierende machen jeden Tag Party ohne Ende. Jetzt nach Corona ist natürlich wieder einiges los bei uns. Also wir freuen uns auch alle, dass wir wieder rausgehen können und dass wir wieder uns mit Freunden treffen können und dass wieder Partys sind und man einfach wieder sein Studentenleben ein bisschen genießen kann. Aber es ist natürlich auch so, dass es erstens wird es keiner überleben, wenn man jeden Tag feiern geht. Und zweitens geht es auch einfach nicht, weil es gibt wirklich viele Sachen, die ihr machen müsst und die ihr zu erledigen habt. Aber am Wochenende ist dann natürlich absolut freie Hand für sowas. Also da geht es dann schon. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal. Vielen Dank.